Kleinkind mit zwei Jahren spurlos im Erzgebirge verschwunden. Großangelegte Vermisstensuche mit Happy End. Großangelegte Vermisstensuche auf einem Bauernhofgrundstück in der Gemeinde Älterlein im Erzgebirgskreis in Sachsen. Dort verschwand ein kleiner zweijähriger Junge am Mittwochabend spurlos. Die komplette Familie sowie Familienangehörige suchten noch am Mittwochabend den kompletten Hof ab, schauten in jeder kleinen Ecke, in jedem Unterstand, in jedem Stadel. Die Suche blieb allerdings erfolglos. Aus Verzweiflung alarmierten noch in der Nacht die Eltern, dann die Polizei. Sie rückte zusammen mit der Feuerwehr und weiteren Rettungskräften an, um die Suche noch einmal zu intensivieren. Insgesamt 50 Rettungskräfte waren so in der Nacht vor Ort inklusive Hundestaffel und Suchrunden, die noch einmal nach dem kleinen Jungen suchen sollten. Auch eine Wärmebildkamera an einer Drohne, wie hier die Aufnahmen zeigen, schickte die Feuerwehr in die Luft, um explizit nach Wärmepunkten und somit nach dem kleinen Jungen zu suchen. Aber auch hier blieb die Suche ergebnislos. Nach fast zwei Stunden in der tiefdunklen Nacht dann die große Erlösung. Ein Feuerwehrmann fand den kleinen Jungen schlafend in einem Traktor hinter dem Sitz. Er wachte auf, als die Feuerwehrkräfte über das Grundstück mit den hellen Taschenlampen gingen und machte sich dann bemerkbar. Großes Happy End also am Ende, als der kleine Zweijährige den Eltern wieder übergeben werden konnte. Großes Happy End